Mein Name ist Matthias Schwarz, ich bin erster Bürgermeister der Stadt Burg Bernheim und wie Sie sehen, hier auf dem Lichterfest in Burg Bernheim, im Grundleim, das bereits zum vierten Mal stattfindet, in herrlicher Atmosphäre und wenn nachher die Sonne untergeht, dann gibt es noch ganz besondere Lichteffekte. Streuobst kommt natürlich zu Burg Bernheim, wir haben über 30.000 Streuobstbäume und darum freuen wir uns über verschiedene Veranstaltungen, über Aktivitäten, alles rund ums Streuobst und darum feiern wir heute einfach mal kräftig. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wow, das war ich jetzt! Die Verkaufgel ist ein Kiezmann. Ich bin ein paar Leute auf dem Haus. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ja, das war ich noch nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na ja, ganz schön, ganz schön. Achtung! Die Haute Nacht! Musik Vielen Dank.